Servus miteinander, ja erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema Kaderplanung wird mit diesem Video jetzt offiziell eröffnet. Die Sommerpause wird klar diesen Schwerpunkt haben. Heute kümmern wir uns um alle Spieler, die den Verein eventuell verlassen könnten. Wir wissen natürlich nicht sicher, aber natürlich bilden sich hier Tendenzen. Wir schauen uns dazu jeden Spieler auch an. Ich werde über jeden Spieler Worte verlieren und gucken, wie lange der Vertrag noch geht. Es sind zum Beispiel auch Spieler wie Arne Meier, wo der Vertrag 2,25 ausläuft. Hier muss man natürlich dann auch irgendwann über eine Vertragsverlängerung sprechen. Ihr kennt ja das Thema, verlängert man da nicht, wird es wahrscheinlich, dass ein Verein eben 2,25 dann ablösefrei verlassen kann. Solche Dinge wollen wir einfach mal jetzt unter die Lupe nehmen, wie es da ausschaut. Und wenn ihr Lust habt, auf die Kaderplanungsphase mit mir durch die Sommerpause zu gehen und auch auf dieses Video unterstützt, gerne mit einem Däumchen hoch. Und natürlich vielen, vielen Dank allen meinen Mitgliedern diesen Kanal auch einfach immer aktiv unterstützen. Ja, wir fangen an und das Ganze wird so ausschauen. Jure hat nämlich sehr viel zu tun und das wird uns jetzt, glaube ich, bewusst, wenn wir uns das Ganze hier angucken. Ich habe die Spieler hier auf transfermarkt.de erstmal Vertragslänge sortiert. Ihr seht hier den Vertrag, die mit 2,24 fangen an und dann spielen wir uns nach unten. Raphael Framberger ist jetzt der erste Spieler. Ich habe mich jetzt hier bewusst verdeckt hinter diesem Bildschirm. Ich glaube, ich bin hier nicht so wichtig. Ihr hört ja, was ich sage. Ja, Frammi, Verletzungspech, war davor ja auch ausgeliehen an Sandhausen. Ich glaube, dass hier keine Vertragsverlängerung zustande kommt. A, war seine Bundesliga-Qualität eh schon bei vielen so in Frage gestellt. Und dann auch in Sandhausen war das jetzt nicht die überragende Spielzeit von ihm. Dann hat er sich hier nochmal schwer verletzt. Klar, er kommt aus unserer eigenen Schule sozusagen. Er ist ein Augsburger durch und durch. Nun sind wir auch ein Bundesliga-Verein, der natürlich Gehälter etc. zahlen muss. Raphael Framberger kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er uns qualitativ helfen kann. Noch gerade mit den ganzen Verletzungen. Hier ist für mich tatsächlich ein Abgang wahrscheinlich. Ich weiß nicht, er ist 28 Jahre. Da ist sicherlich noch für ihn was drinnen. Man hat schon, habe ich mal gelesen, überlegt, ob er beim FCA 2 spielt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt falsch liege oder nicht. Möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Hier, glaube ich, macht man einen Punkt dahinter, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Bei Thomas Kubek genau das Gleiche. Er ist lang im Verein, verdient auch wirklich ein ordentliches Gehalt. Irgendwie ist er am Ende immer geblieben, weil er sehr beliebt in der Mannschaft ist. Aber letzten Endes muss man auch ganz ehrlich sagen, seine Leistungen jetzt zuletzt, wo er auch für Namen ersetzt hat, auf der Linie schon echt gut, was er teilweise rausfischt. Aber gegen Bremen ein individueller Fehler. Jetzt auch im letzten Spiel gegen Leverkusen. Na, er ist einfach keine Nummer 1. Er ist zu fehleranfällig. Und ich glaube, dass bei aller Sympathie und Wichtigkeit für die Kabine, am Ende zählt auch hier die Leistung, hier Feierabend ist, auch wenn ich ihn schon irgendwie vermissen werde. Thomas Kubek, glaube ich, wird auch den Vertrag nicht verlängern. Und es braucht dann auf jeden Fall noch einen zweiten Torhüter für die kommende Transferphase. Also, da beschäftigen wir uns in einem anderen Video. Mbavu, ein Spieler, der sicherlich sehr interessant ist. Sein Marktwert ist bei dreieinhalb Millionen. Die Laie ist definitiv geglückt. Er ist auch bei der Schweizer Nationalmannschaft im erweiterten Kader. Ich würde ihn sehr gerne behalten. Ich glaube, da gehen auch viele mit. Sein Niveau war vor allem in der Phase, wo wir viele Spiele gewonnen haben, sehr gut. Gerade mit Freddy Jensen hat er super harmoniert über rechts. Er ist 29 Jahre in einem guten Fußballeralter. Ich finde die Ablöse auch völlig okay. Nur hier wird das Thema, denke ich, sein Gehalt. Er wäre, wenn er bei uns unterschreibt, muss er Gehalteinbüßen einnehmen. Wäre aber wahrscheinlich auch einer der Top-Verdiener, wenn er kommen würde. Er wird die Optionen aber auch abwiegen, hat er selber gesagt. Welche Vereine anklopfen etc. Europa hätte hier sicherlich geholfen, ihn zu überzeugen. So hat er auch, meine ich, selber betont. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind Elfter geworden. Aber Mbavu ist grundsätzlich nicht unglücklich hier gewiss. Und Jure hat gesagt, man möchte um ihn kämpfen und ihn behalten. Hier ist tatsächlich die Chance bei vielleicht sogar 40, 60 oder 50, 50, dass man ihn am Ende doch verpflichten kann. Aber wie gesagt, es kann natürlich genauso kommen, dass er uns verlässt. Also die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch, dass er nächstes Jahr nicht bei uns spielt. Aber ich gebe dem Ding nochmal eine 50 Prozent, weil die Aussagen ja nicht so schlecht waren in den letzten Wochen. Pep Biel, Laie, 5 Millionen Markwert. Hier haben wir, glaube ich, auch eine Kaufoption in dem Drehrum. Also wir haben eine Kaufoption, die ist mit 5 Millionen irgendwo da in der Nähe. Zumindest mein Stand. Und das ist zu hoch. Er hat zu wenig gezeigt. Jetzt auch im letzten Spiel hat er sogar Mert Köhmür für ihn auf der 10 gestartet. Obwohl das eigentlich seine Position ja auch mit ist. Er ist natürlich auch auf Flügel einsetzbar und offensiv im Sturm auf der 8. Aber das war schon bezeichnend. Er hat sich nicht durchsetzen können. Vielleicht sagt er es, ja, es ist ein Rohdiamant, den man noch schleifen muss jetzt einfach die nächsten Wochen. Aber ehrlich gesagt war das für mich auch einfach zu wenig. Gerade in der Bundesliga hat er dann, wenn es darauf ankam, nie wirklich so performt. Nur in den Testspielen war er mal gut. Und hier sage ich auch, er, keine Kaufoption wird man ziehen. Die ist einfach viel zu hoch. Also das würde mich extrem überraschen. Christian Jakic hier ist schon relativ sicher. Die Kaufoption wird gezogen. Er wird ein FC Augsburg-Spieler. Ich glaube, das ist sogar schon fix, nur hier nicht aktualisiert. Hier mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen. Der Spieler wird in Augsburg bleiben. Er ist glücklich. Hat gerade auch, wo er kam, in den ersten Wochen überragend gespielt. Hat dann auch in den letzten Wochen einen kleinen Leistungsabfall. War aber auch, glaube ich, nicht 100% fit. Er bleibt. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Kaufoption ziehen, die völlig richtige Entscheidung. Jago, mach mal kurz. Wechselt nach Brasilien, die Heimat. Hier bedanke ich mich für alles, was er gegeben hat. Man hat gerade, wo er gefehlt hat, in den letzten Wochen in der Raute gemerkt, auf der linken Position, wenn er fehlt. Ja, Qualitätsunterschied zu Petersen. Er ist ein super Bursche. Er hat am Ende jetzt echt eine gute Rückrunde auch gespielt. Schade, dass er geht. Aber ja, alles Gute in Brasilien. Es war sein Wunsch. Es war sein Wunsch. Und er wurde ihm gewährt. Ja, Jeff. Jeff hat verlängert bis 2,25. Der wird nächstes Jahr bleiben. Er ist ein Routinier. Hier wird man einfach, glaube ich, leistungsbezogen immer gucken, ob sich der Vertrag dann noch verlängert. Jeff war eine Bank in der Rückrunde. Er wird bleiben. Sven Michel kommt am Ende auf knapp 600, 700 Spielminuten mehr von der Bank. Er hat ja auch einen schwierigen Stand in der Phase bei einigen Fans. Ich finde, er ist ein guter Joker. Ob er mit der Rolle sich zufrieden gibt. Er wollte ja eigentlich nach Augsburg kommen, um Stammspieler zu werden. Schwierig zu sagen. Ich kann mir hier tatsächlich auch vorstellen, dass auch er über einen Abgang nachdenkt. Er will nochmal Bulli spielen, außer er sagt, er ist zufrieden mit der Joker-Rolle. Dann bin ich zum Beispiel, vielleicht sind da nicht alle der Meinung, dass er ein ordentlicher ist von der Bank. Er findet dann doch immer wieder die Tiefe, hat ein gutes Grundtempo. Am Ende ist hier aber für mich die Wahrscheinlichkeit sogar recht hoch, dass er eventuell auch den Verein verlassen wird, weil er einfach mehr spielen will. Ganz einfach. Freddy Jensen hat seinen Vertrag ja auch gar nicht so lange her verlängert. Es ist jetzt doch, jetzt, ich glaube schon langsam, aber er auf seinen Vertrag geht bis 22.25 Uhr. War für mich unter Torup einer der positivsten Überraschungen, wo er ausgefallen ist. Hat Mbawu auch so ein bisschen sein Achter vor ihm gefehlt. Die hat eine irre Connection, die zwei. Jensen würde ich gerne noch im FC-Adress auch sehen. Wie gesagt, ich habe ja auch vorgestellt, dass er hier weiter verlängert wird, wenn das Niveau so bleibt. Vertrag ist bis 22.25 Uhr letzten Endes, muss man hier sich auch Gedanken machen dann, ob und wie. Am Ende ist er aber auch zu oft verletzt und fällt aus. Das ist auch ein Fakt bei ihm leider. War aber die Rückrunde, war einer seiner besten, finde ich, überhaupt. Er hat wirklich gut performt. Und er wird nächstes Jahr, denke ich, bleiben. Und dann wird man auch gucken, wie die Leistung ist und dementsprechend den Vertrag eben verlängern oder nicht. Felix Urukai, hier müssen wir gar nicht drüber sprechen. Sieben Millionen Mark wert. Vertrag läuft 225 aus. Hat er letztes Jahr ganz spät verlängert. Er ist ein Spieler, der sicherlich Qualität hat. Er kam immer besser in Form, war einfach auch nicht verletzt. Das hat man angemerkt, gerade mit Jeff in der guten Phase. Top hinten, alles wegverteidigt in der Luft. Der stärkste bei uns, was das Thema Kopfball-Duelle-Gewinn angeht. Linksfuß wird auf dem Markt für viele interessant sein. Ich glaube, er will den nächsten Schritt machen. Würde ich ihm nicht verübeln. Wollte er schon letztes Jahr, hat es nicht geklappt. Sieben Millionen Mark wert, wenn man für ihn wirklich eine ordentliche Ablöse hier zieht. Und versuchen sogar über den Marktwert, weil ich finde, er ist ein guter. Er kann gutes Niveau spielen. Wenn er gesund ist, ist es wirklich mit seinem Linksfuß ein top solider Innenverteidiger. 26 Jahre. Ich glaube, er wird uns verlassen. Aber es würde auch in der Kasse sich bemerkbar machen. Wenn er aber geht, würde man sich wahrscheinlich auch Gedanken machen über einen Innenverteidiger, der gelernter Linksfuß ist. Und da müssen wir natürlich auch im Thema Kaderplanung uns Gedanken machen, wer da in Frage kommen könnte. Bei Urukai für mich ein Waschabgang echt relativ wahrscheinlich sogar. Aber man weiß ja nie. Gehen wir hier ein bisschen runter. Arne Meier ist hier der nächste Spieler, den wir beobachten. Rückrunde gut. Hat sich in die Mannschaft gekämpft nach hinrunden Schwierigkeiten, wo er kaum gespielt hat. Ja, kann sich immer defensiv doch ein bisschen steigern. Ist aber definitiv einer der besten kreativen Spieler von uns. So was das Thema Ballannahme angeht. Spielintelligenz, Passspiel. Ist er schon definitiv im Mittelfeld einer der besseren Spieler bei uns. Auf Vertrag bis 2025 wird ein Thema sein, wo man sich irgendwann auch über eine Vertragsverlängerung unterhalten wird und kann. Ob er das machen will und wird, ist für mich sehr fraglich. Weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass er sich nicht unwohl fühlt bei uns, beim FCA. Am Ende wird man sich da auch, denke ich, im Sommer schon hinsetzen und schauen, was da möglich ist in der Richtung. Stand jetzt glaube ich nicht, dass er uns im Sommer verlässt. Aber der Vertrag bis 2025 ist definitiv ein Thema. Sein Marktwert ist bei viereinhalb Millionen. Und ich glaube, er ist auch für andere Bundesligisten interessant. Sand, ich hoffe aber, er bleibt und ich glaube auch, dass er bleibt. Und da muss man sich halt an den Tisch hocken. Oxford ist ein ganz eigenes Thema. Der Marktwert ist nur noch auf zwei Millionen. Immer noch recht hoch, wenn man bedenkt, dass er gefühlt zwei Jahre kein Spiel gemacht hat. Ja, schwieriges Thema, muskuläre Probleme, Long-Covid etc. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Juri hat sich optimistisch gezeigt, dass er nächstes Jahr einsteigen will, wieder anpacken will. Ob er dann aber der Spieler ist, der er mal war, fraglich. 25 Jahre ist er erst. Er ist irre jung, Profi geworden. Also aus der Hinsicht ist alles noch drin für ihn. Er arbeitet auch hart, aber ich hoffe einfach für ihn, dass er wieder gesund wird. Alles andere bringt jetzt hier auch einfach nichts zu sagen. Da müssen wir gucken, wie es dann weitergeht. Ruben Vargas. Ruben Vargas, auch wie Udo Kai, stand kurz vor einem Wechsel. Sagt das auch ganz offen. Irgendwann ist für ihn ja der Schritt da. Den nächsten Step im Verein zu machen. Hier muss man auch sagen, kann ich total nachvollziehen. Er wird sicherlich mit zur Nationalmannschaft fahren. Auch wenn er aktuell angeschlagen ist, denke ich, wird er im Kader dann am Ende sein. Dort zeigt er auch immer Top-Leistungen. Florenz wollte ihn. Er hat am Ende abgelehnt. Irgendwie hat es sich für ihn nicht richtig angefühlt. Ich kann mir aber vorstellen, dass in dieser Saison ein Verein kommt, wo es sich dann gut für ihn anfühlt. Ich würde es total schade finden. Ruben ist schon so ein Spieler, der einer meiner Lieblingsspieler ist. Und gerade in der Rückrunde hat er auch viele Spiele dann mehr und mehr gezeigt, was eigentlich so in ihm steckt, auf dieser Zehner-Position. Vielleicht kann ihn jetzt überreden. Ich weiß es nicht. An das Projekt zu glauben, dass man zusammen was Großes hier aufbauen kann. Vielleicht stellt man aber ein bisschen das System hier um. Ich habe das Gefühl, der Jess ist da einfach mehr der Spieler, der er auch eigentlich ist. Aber auch hier ist es wie bei Felix Urukai mein Gefühl, Leute, dass da eher ein anderer Verein anklopft wird, der für ihn spannend sein wird. Er hat auch ein gewisses Standing, denke ich, auch international. Und ja, hier könnte es leider auf Abgang riechen. Wenn Felix und Ruben schon gehen, das wären schon zwei absolute Leistungsträger. Gummi, auf Vertrag bis 25, aktuell mit einem Kreuzbandriss. Er wird sicherlich, denke ich, bleiben. Da schwer verletzt. Hier auch ein Thema, wann verlängert man den Vertrag, verlängert man ihn überhaupt. Er ist, finde ich, aber wenn er im Kader ist, auf jeden Fall ein guter Backup. Er kann auch mal starten, wenn er gut drauf ist. Aber er ist halt auch leistungsschwankend. Trotzdem, finde ich, ist er so als zweiter RV auf jeden Fall ein guter. Muss natürlich dazu fit sein. Ich denke aber, unabhängig davon, er bleibt nächstes Jahr uns erhalten, weil keiner erstmal einen Spieler mit so einer schweren Verletzung verpflichtet. Da muss man sich dann irgendwann an den Tisch hocken, verlängert man oder halt eben nicht. Damen, ab jetzt sind Spieler bis 226, das ist halt mal kürzer. Finn Damen wird bleiben, er wird aber nächstes Jahr einen Konkurrenten kriegen, der mit ihm um die Nummer 1 konkurriert. Da bin ich mir sicher, da muss er sich dann wieder durchsetzen. Niklas Dorsch, habe ich auch ein gutes Gefühl, dass er bleibt. Er hat am Ende nur nicht gespielt, weil er lange verletzt ist. Ich weiß ja, dass er eigentlich in Augsburg sich wohlfühlt, aber er möchte am Ende spielen. Er hat am Ende auch gespielt. Ich fand, gegen Leverkusen war er auch vielleicht der beste Mann mit auf dem Feld. Niklas wird, denke ich, bleiben und dann hoffen wir einfach, dass er gesund bleibt. Und dann wird er auch die Spiele kriegen, die er will. Elvis Rexbetschei war unter Yes, wenn er fit ist, auch immer wieder ein Starter. Am Ende hat er seinen Stammplatz verloren. Für die Breite ein Spieler, wo ich sage, das ist okay, solange er nicht ein absoluter Stammspieler ist. Ist das ein Spieler, der wirklich mit seiner Energie auch mal starten kann, mal von der Bank kommen kann. Vertrag bis 2,26. Am Ende, glaube ich, hier wird auch nichts passieren. Elvis wird bleiben. Ermedin Demirovic, ja. 28 Millionen Mark wert. Für mich sehr hoch, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, wenn ein Verein anklopft mit 20 Mille plus, dann sollte man drüber nachdenken, weil es am Ende ja auch, Juri hat es gesagt, wenn man ihm damit die Option öffnet, international zu spielen, Euroleague, Champions League, und er diesen Schritt machen will, hätte er es auch verdient nach dem, was er hier geleistet hat. Und zweitens würde der Verein von dieser hohen Ablöse und diesem hohen Markwert dann extrem profitieren. Ich glaube, dass Demirovic nächstes Jahr nicht mehr beim FCA spielt. Das ist mein Bauchgefühl. Er fühlt sich hier aber enorm wohl. Also andersrum würde es mich auch nicht überraschen, wenn man am Ende sagt, er will bleiben. Die Frage ist, er ist ein absoluter Topscorer, er hat die Rekorde gebrochen. Was ist besser für uns, auch für den Verein, ihn zu halten oder diese unglaublich hohe Ablöse dann zu nehmen? Ich sage, hier hat natürlich Demi selber auch viel Entscheidungskraft. Will er diesen Schritt machen, so wie ich gehört habe? Will er, hat er auch einen Berater gewechselt. Juri hat auch gesagt, man würde ihm keine Steine in den Weg stellen. Und am Ende, egal was hier passiert, sind wir Demi unglaublich dankbar für das, was er hier geleistet hat. Er hat sich hier unglaublich entwickelt bei uns. Kam er als Ersatzspieler vom SC Freiburg, das darf man jetzt nicht vergessen, wurde hier zum Kapitän. Und am Ende bleibe ich dabei, ist die Summe über 20 Millionen plus. Ist das von FCA eine Riesenmöglichkeit, auch mit diesem Geld, mit Jure und Jess, einen Kader aufzubauen. Vielleicht auch mit anderen Spielertypen noch vorne. Dementsprechend kann der FCA, finde ich, hier auch nur gewinnen. Genauso wie Demirovic, egal was passiert. Marcel Lubek muss gucken, er wird nächstes Jahr, wenn er bleibt, die Nummer 3 wahrscheinlich bleiben, weil der FCA einen neuen Torhüter holen will. Könnte man auch über eine Laie nachdenken, damit der Bursche Spielpraxis sammelt. Philipp Tietz, Vertrag bis 227, spielt viel, wird bleiben. Halt mal es ganz kurz. Petersen, genau das Gleiche. Wird der Backup auf LV bleiben? Ich betone bewusst Backup. Er ist für mich kein linker Verteidiger, an den du als Stammspieler haben darfst und kannst, wenn du wirklich höher denken willst. Er ist, mal spielt er gut, mal schlecht. Er ist oft verletzt, auch hat Wehwehchen, kann aber wirklich als Backup, finde ich, ihn absolut solide, weil er auch rechter Verteidiger spielen kann. Aber nicht als Starter, hier muss der FCA zwingend Qualitätsspieler holen. Maxi Bauer wird, denke ich, bleiben. Hier ist natürlich die Spielzeit nicht so hoch, wie er es sich vorstellt. Er hat einen Markwert von 3,5 Millionen. Bei ihm habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass er sich in der Rolle trotzdem ganz wohl fühlt. Hier denke ich, dass er bleibt, aber man kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen. Patrick Pfeiffer, 2,5 Millionen Markwert, hat zuletzt ein paar Spiele gespielt. Einer, der natürlich auch, glaube ich, den Ehrgeiz hat zu spielen und nicht zufrieden ist, wie die Saison jetzt allgemein lief. Es ist halt spannend. Jeff wird nicht jünger und Pfeiffer und Bauer wollen natürlich hier auch Druck auf diese Position machen. Die Dreierkette hat zuletzt nicht gut funktioniert. Für mich bei den beiden wirklich schwierig zu sagen, was da passieren wird. Vielleicht verlässt einer von beiden den Verein per Laie. Man hat einen Vertrag bis 2027. Einen Verkauf kann ich mir irgendwie bei beiden Spielern nicht vorstellen, weil beide einfach Potenzial haben und noch in einem sehr guten Fußballalter mit 24 sind. Aber was einer geht, könnte ich mir irgendwie per Laie vorstellen. Arne Engels, gar keine Frage, wird bleiben. Dion Bellio, ja, was machen wir mit ihm? Auch knapp 600, 700 Spielminuten nur im ganzen Jahr. Wie Sven Michel, hat total unter Jestoro seinen Starter verloren. Auch immer weniger eingewechselt wurden, nur Kurzeinsätze. Jeder glaubt oder viele glauben an sein Potenzial. Wenn Demirovic geht, wäre da ein Platz mehr vorne im Sturm. Aber er wäre wieder im Konkurrenzcup mit Philipp Tietz eher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden übereinander sehr gut funktionieren. Wenn du mit dem Doppelsturm spielst, brauchst du dann eh dem einfach einen mobileren Stürmer, wie Demirovic einer ist, der dann das Ganze ergänzt. Und ich glaube, falls Demi geht, wird man dann einen 1 zu 1 Ersatz suchen. Oder man stellt eben auf einer Dreierspitze um. Dann spielt halt nur vorne ein Neuer mit Tietz oder Bellio. Dann wäre es natürlich auch spannend für Dion, weil dann hättest du halt nur den Kampf um diese eine Stürmerposition. Spannend. Also Bellio ist sicherlich nicht zufrieden. Sein Berater wird sich auch anhören, was da so kommt. Für ihn persönlich sehr enttäuschend das Jahr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier was passiert. Ich würde aber hier auch nur über eine Laie nachdenken. Wenn ihn zu verkaufen, hätte ich irgendwie kein gutes Gefühl. Immer noch nicht. Vertrag bis 2,27. Marktwert 5 Millionen. Spannende Personalie. Gut möglich, dass es im Sommer hier zu einer Laie oder zu einem Transfer kommt. Kömür wird nächstes Jahr bleiben. Er hat letztes Spiel wirklich überzeugt. Das ist der Augsburger Weg. Der Bursche wird das packen in die Profimannschaft. Wird nächstes Jahr viel mehr Spielzeit kriegen. Ist beidfüßig. Wirklich ein geiler Kicker, der Merth. Da machen wir gleich den Sack zu. Der bleibt beim FC Augsburg. Wird nächstes Jahr auch mehr spielen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Und Tim Breithaupt bin ich auch gespannt. Jetzt zuletzt hat er wirklich mehr gespielt. Auf der tiefen Sechs hat er, finde ich, auch Jakic sehr gut vertreten. Vertrag bis 2,28. Marktwert 3 Millionen. Geliebäugelt wurde er mit einer KSC-Rückkehr per Laie mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Augsburg ihn verkauft. Da müsste man schon sehr blind sein. Er hat Talent. Er ist erst 22 Jahre. Er ist ballsicher. Hier, wenn überhaupt, wird es eine Laie geben. Da wird man sich natürlich fragen, wie viel Spielzeit kann man dem Burschen am Ende geben. Wir wissen jetzt halt nicht, wie der Kader am Ende ausguckt. Und ja, Tim Breithaupt kann man, wie gesagt, nachdenken. Aber dazu muss man auch schauen, wer verlässt uns auch im Mittelfeld. Ich glaube, da wird nicht so viel passieren. Und dann muss man halt schauen, was am besten für den Burschen ist, für seine Entwicklung. Wie gesagt, der KSC hat die ja mal angekloppt. Da werden sicherlich viele andere Vereine auch, wenn der FCA die Türen aufmacht, anfragen. Wie in der Laie. Einen Verkauf kann ich mir hier einfach nicht vorstellen, weil Tim hat schon wirklich Talent. Leute, ihr könnt mir kurz und gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie ihr das Ganze seht, es gab bei den Spielern, wo ich als Abgänge eher gesehen habe, machen wir mal das Horrorszenario, Uruk-Hai, Vargas und Demirovic gehen. Das wären drei der Top-Spieler unseres Kaders. Würde aber ordentlich Geld in der Kasse einbringen. Wenn wirklich alle gehen, hätten wahrscheinlich 30 plus Einnahmen. Wäre hart, wäre enorm schwer zu ersetzen. Aber man könnte mit 30 Millionen dann, wo man dann einnehmen würde, circa, plus, minus, plus, sicherlich auch auf dem Transfermarkt richtig was tun. Und ich finde das auch spannend, weil jetzt Torup sicherlich mit Jure da ordentlich was vorhat. Und ich bin einfach gespannt, was wir da dieses Jahr machen. Und ihr seht, es ist einiges möglich. Es sind auch Paar Jungs mit 2,25 Verträgen, die sicherlich auch dann, mit denen man sprechen muss, wie es da weitergeht dann. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Schreibt mir jetzt eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, danke allen Kanalunterstützern und Mitgliedern, die mich hier so unterstützen. Und ja, jetzt die nächsten Wochen viel Kaderplanung hier. Und wir werden uns dann natürlich jetzt auch im nächsten Video damit beschäftigen, auf welcher Position muss der FC Augsburg so auf jeden Fall nachlegen. Und dann seid ihr auch gefragt, welche Spieler so in Frage kommen. Und dann schauen wir mal, was so alles passiert. Euer Dennis und ciao, ciao. Oh, ha, ha, ha. 1, 2, 3, 2, 3